Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 9. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 614 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Sono Motors, Fritz Repeater 3000, Bühne, Dark Mode, Disney, Outlook und If This Then That. Sono Motors mit dem Sion hat ein E-Auto vorgestellt, jetzt doch schon einige Zeit her und das Ganze dann über Crowdfunding sich finanzieren lassen. Das Ganze war länger ein bisschen träger unterwegs und seit letztem, ich glaube es war Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres, ist ja bekannt, dass die ganze Geschichte nun in Produktion geht und jetzt hat man neue tolle Neuigkeiten zu vermelden. Seit dem Juni letzten Jahres, also fast ein Jahr her, hat man die Anzahl der Reservierungen, Vorbestellungen, wie man es auch immer nennen mag, verdoppelt. Damals waren es nämlich noch 5000 Geräte, Geräte, E-Cars, die man vorbestellt hatte und jetzt sind es schon 10.000. Ich gratuliere dem Team aus München und woher sie auch immer wieder kommen. Tolle Leistung, wie ich finde. Wer das Video von mir noch nicht gesehen hat, ich habe den ja im letzten Jahr in Bern damals Probe fahren dürfen und habe dazu ein kleines Video gemacht, auf YouTube gestellt. Der Link dazu ist auf daily.geektalk.ch in den Shownotes verlinkt zum Anschauen, wer mag. Das war übrigens das erste Mal, dass ich seit 11 Jahren wieder Auto gefahren bin und ich würde gerne nächstens wieder mal mit so einem Sion fahren, jetzt wo das Ganze ja dann in Richtung Finales Geschichte geht. Weiter geht's mit einer Neuigkeit, die wir oder das uns schon begleitet seit der IFA im letzten Jahr. AVM hat ihn vorgestellt, den Fritz Repeater 3000, auf den ich mich extrem freue und der jetzt endlich im Schweizer Handel und natürlich auch in Deutschland und Österreich erhältlich ist. Was daran so genial ist, das werde ich euch nächstens auf dem bloggipsi.ch-blog in einem ausführlichen Testbericht berichten. Das Genialste daran ist aber natürlich, dass ich nicht mehr an die Steckdose gebunden bin und somit den Kopf meiner zweiten Tochter ein bisschen weniger verstrahlen werde in Zukunft. Die monatlichen Apple-Drohnen-Bilder, also die Apple-Park-Drohnen-Bilder sind schon seit längerem nicht mehr Gang und Gäbe. Es gab ja die Zeit, wo der ganze Apple-Park-Umbau war, wo es eben monatlich einen neuen Film gab mit dem aktuellen Zwischenstand etc. Bei den letzten zwei, drei Videos, die es gab, war jeweils nur noch ein bisschen im Bereich Grünfläche, also Wannbau mit Bäumen und so weiter, wo man Unterschiede gesehen hat. Jetzt gibt es ein neues Video, schön hoch aufgelöst, gefällt mir von den Farben her, auch im Abendlicht gefilmt und so weiter. Da gibt es Neuigkeiten, denn in diesem Apple-Park-Drohnen-Bilder, im Raumschiff drin, im runden Gebäude, wurde jetzt eine Bühne entdeckt. Man denkt natürlich oder spekuliert, dass das Ganze dann gebraucht wird für die WWDC, welche Anfang des nächsten Monats, ist das glaube ich, schon stattführen wird. Wir dürfen gespannt sein, es ist zumindest sehr viel Farbe mit drin auf dieser Bühne. Weiter geht es auch wieder mit einem Apple-Thema, da möchte nämlich Apple was forcieren. Nachdem sie in iOS und macOS die Dark-Theme-Geschichte stark integriert haben und auch umgesetzt haben, möchten sie das jetzt natürlich auch weiter tragen ins Netz. Denn was bringt es euch, wenn ihr einen schönen Safari habt, der im Dark-Modus daherkommt, wenn die Webseite, die ihr ansurft, in vollem Weiss strahlt. Und dazu haben sie das Dark-Mode-Support im Webkit zur Verfügung gestellt, sodass jeder Webseitenentwickler eigentlich schnell und einfach auch in den Dark-Modus gehen kann. Ja, mal schauen, ob wir das auch umsetzen werden. Ich habe es mir mal auf die To-Do-Liste geschrieben, eins nach dem anderen. In der letzten Zeit gab es ja einige Neuigkeiten von Walt Disney. Zum einen haben sie ja Fox übernommen und dürfen das jetzt auch komplett integrieren bei ihnen. Und sie haben bekannt gegeben, dass eben im Herbst der Disney-Plus-Channel starten wird. Ein Streaming-Angebot, welches sicherlich Netflix ziemlich stark wehtun wird. Und da hat man jetzt auch ein bisschen bekannt gegeben, wie es ausschaut mit zukünftigen Filmen. Viermal Avatar, dreimal Star Wars und einmal Indiana Jones. Das sind so die Haupt- und grossen Themen, die bis 2027 kommen werden möchten. Was mich mehr interessiert ist, 2019, im Sommer diesen Jahres, will Toy Story 4 zum Beispiel kommen. Was meine Mädels noch viel mehr interessiert, im 2019, nämlich auf Weihnachten wieder hin, kommt Frozen 2. Mulan ist auch geplant und noch ein paar andere. Wenn es interessiert, schaut es euch an. Es gibt einige neue Filme, es gibt ein paar Erweiterungen und ein paar Weiterführungen im Ganzen. Link dazu, wie immer auch in den Shownotes. Wir gehen weiter zu Microsoft und da gab es ein Update für iOS-Devices. Nämlich die Outlook-App hat ein grösseres Update bekommen. Neben diversen Verbesserungen hat vor allem auch die Apple Watch-App, die es dazu zusätzlich gibt, ein Speed-Bump bekommen, wie man zu lesen hat. Und ja, wer es noch nicht hat, unbedingt installieren. Aktuell sind sehr, sehr viele App-Updates unterwegs. Somit lohnt es sich, immer wieder mal in den App-Store zu gehen. Das solltet ihr sowieso einmal die Woche mindestens tun und Updates einspielen. Gilt natürlich nicht nur für den iOS-App-Store, sondern auch für den Android-App-Store und den Windows-Store. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu der Google I.O., was jetzt noch rausgekommen ist. Die ganzen Google-Produkte, Nest-Produkte wurden ja in Google integriert und unter dem neuen Nest-Label der Schaf im Wolfspelz. Oder ist es Wolf im Schafspelz? Keine Ahnung. Es ist zu spät. Dazu gibt es jetzt noch weitere Neuigkeiten. Leider sind das nicht die einzigen Neuigkeiten und es geht nicht nur immer offener und so weiter. Google will seine Geräte, in Anführungs-Schlusszeichen, sicherer machen und cancelt somit externe Schnittstellen. Die beliebte Anbindung an If-The-Stand-That wird ersatzlos gestrichen. Ab dem 31. August dieses Jahres ist es Schluss. Dann könnt ihr den Thermostat, den Protect und die Cam nicht mehr über diesen Dienst ansprechen und weitere Sachen hinzufügen. Sehr, sehr, sehr schade. Google meint, man könne ja über den Assessor ein bisschen was dazu machen. Aber ja, das sind natürlich dann nur Google eigene Dienste und da dreht man sich in der eigenen Suppe. Sehr unschön und mal schauen, wie es damit weitergeht. Das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe zusammensuchen können. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Morgen, wenn ihr mögt, hören wir uns wieder am Freitag. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.